Hallo und herzlich willkommen bei MusicStoreTV. Heute stellen wir euch die 2002er Serie von der Firma Peiste vor. Das sind B8 Becken handgehämmert aus der Schweiz und so klingen die ganzen. Das sind B8 Becken. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich hoffe, das war informativ genug für euch. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Ganzen habt, dann kommt einfach zu uns in den Store oder schreibt in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.